Hallo, mein Name ist W.S. Kierkopf, ich bin 16 Jahre alt und bin Torhüter. Meine bisherigen Vereine waren der SC Geisling, VfL Kirchheim, VfL Stuttgart und die SV Stuttgarter Kickers. Meine persönlichen Ziele sind, mich fußballerisch immer weiterzuentwickeln. Und die Ziele mit der Mannschaft sind, so früh wie möglich in Klasse zu halten. Und dann schauen wir nach, was nach oben geht.